diese Höhle blablabla und ja ich hab jetzt hier diese Tierzeit die fünf vier spät die ich gleich in dem es überreicht werden hätte dann haben kloppt euch drum ich hätte er nicht gleich in sich darum schlagen okay warte mal kurz auf uns Prozent und ich erfahre die Jahre um um die ich will machen ich glaube ich habe noch mehr die es gefunden denn er ist wirklich wieder nach mit ihr sind Euro aber also ich weiß ganz genau waren die ich hätte gleich in der so aber ich habe ein kleines plus für dich, Maurice, wenn du gleich wieder da bist, bekommt ihr 13 Dias aufgeteilt okay, ähm, kannst du, äh, Sunny, kannst du aber nach draußen laufen, an meinem Baum, da liegen meine Sachen, sammle die mal bitte ein ja, okay, ich habe aber nicht viel Platz mehr, ey, Lied kann man nicht, lass verarbeiten scheiße, der ist Slime Cloud genannt lol ich habe das Lied mit so einer Eisenrost rum Töte den kurz weg Swagger Slime genau, der hat mich getötet und ich war grad aus dem Minimum raus und dann ich hab deine Sachen komm einfach rein, bin ich aber auch schon ab, hör jetzt mach dir nix draus aber beziehungsweise bin ich schon mal fast im Slime du bist fast, ich bin du hast doch keine Rüstung und sowas warte, jetzt steht man da wieder aufhören da ist schon ein bisschen wie sie geil, komm schaffen wir es ist schlimm, wenn ich dein hier, wie heißt das, äh äh, Marvel wegwerfen oder brauchst du das? meinst du nicht? nein, nein, ähm, Sunny ah, äh, nicht, ich hab selber welches ganz ehrlich, ich weiß nicht mal was Marvel ist aber mein Eventar ist halt voll Marvel ist einfach nur ein Stein, äh, zielte weißer Stein ich hab davon jetzt schon drei Steaks ja, warte, ich versuch von, ne, ich komm erst mal nach Hause und lass mich in Ruhe, so zum Beispiel Fichto ich komm erst mal nach Hause und dann lag ich hier wieder mal alles ab weg ich bin in der Wüste auf dem Haus wird wieder getötet Mensch, meinst du nicht? Mensch, meinst du nicht? nicht so, macht, mach ich das mal so der Nächste der Städte der Geräte aber man steht muss in irgendwelche Quests wieder für die Welt ja ich falle gerade irgend so ein sind bodenlose Schluch runter also das war ja genau es ist der Fläche der Tod das was er für sie sind also wenn ihr in das Gemeinschaftsverein der Hauswahl kommt dann liegt das ganze Zeug von Wendt ja wahrscheinlich ach man geht auch mal auch wenn du nach Hause komm schlaf mal im Bett bestimmt glaube ich öfter bis ich zu Hause bin ist es Tag aber läuft bei dir oder einfach morgen ja bis morgen bin ich wieder gestorben morgen wir haben morgen oder ich bin Prozent 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 ich bin so ich weiß und gehen uns beiderweise hatte ich die Anfänge immer wenn ich bei Ticket anfangen aber jetzt ja jetzt ist es ja nicht ganz easy weil du auch schon die Chance bekommen hast da ja okay da war den Stor das Schwert das hat mir jetzt nicht für die Würfe Mietunen Schwerg kann mir viel helfen Stürmer nicht so leicht ich kann nicht nur noch um mich zu verteidigen ich hab schon körper, ich hab Zeltuskort, ich hab Mori sollte wirklich mal alle Eish-Aus-Tor machen ich war war auch nicht erst erstmal dann zeig ich hier noch, ne? du solltest du schon auswählen, wenn du das extra, wenn du das zu Eisensachen bekommst alles klar ich will sich für mich einfach die ganze Zeit und für die Ex-Mail-Level ja alles geplant ich war dann 17 ich hab die ganze Zeit irgendwelche Viecher getötet Nico Freude an den Silberau braucht er ja nicht vieles Ohr, Lead-Ohr, Tin ich weiß nicht was braucht Nico, was weißt du das, weißt du das so was der immer braucht ist, Eisen, Westdown Zertusquad für den E-System ähm, Diamanten kann sich ja besser aussehen, meine Freundin, als ich ähm, ja, ich kenne Nico aber auch schon lange ja, Westdown, den haben wir denn noch ich hab das hier für den, äh, Nikolai-Tars, der also bringt, komm niemals mit dem Nikolai an niemals das kannst ich mir geben normalerweise rastet der dann immer aus und noch mehr Dias ähm, bring dem auf jeden Fall Zertusquads mit ähm auch dieses Duster, das kann der weiterverarbeiten zu Zertusquads Zertusquads Altien, die Klappe noch so es braucht noch ein Zertusquads war das mit der Zertusquads, die das entlang der die Klammer des Akkwads den Zertusquads und den Verhältnissen der Oberfläche der Bewertung der Minister die Läse Karlsruhe das wird ein die ich habe noch das sehen und das ist meine Sachen Leute zudem was er nicht besonders gut und sie sind zu viel anzuschließen selbst ein armer Mann Trinklage wird in diesem Fleisch haben mit Leidenschaft der Vorbauten Silber hast du bei dieser Verbrauchte und das war gerade zu machen das ist ein besseres Pro 100 K Leitung ja das wäre dann sowas wie eine 100k leitung halt los ist rum ja glasfaser fieberglas ich hatte irgendwas was ich haben wollte und was ich unbedingt mit mir wollte und jetzt weiß ich nicht mehr was ist übrigens 24 die ist für euch ja wer weiß ich hatte wollen kann es nicht mehr geben alle mit ihm im kanzler viel ich will noch mit d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d kopfkohle hier die klinik es nämlich alles weg ein schöner XP-Geber aber der ist schon kranklich, der Typ die Holzsacke ist bald kaputt Silver-Oar, das hab ich schon wieder ist Fierus-Oar wichtig? nein, ausmiss Fierus und Tin ja ich hab ein Tin-Oar Fierus bräuchte man, wenn man mit Magnetic Angels arbeitet ach geil, ich hab sogar mein Backpack dabei und ich becheck das einfach nicht die ganze Zeit also, damit hab ich mal arbeite, ich mach mal also ich hab ein ganzes Markel weggebrochen Kami, hier kann's eigentlich alles weggegeben was du mir anders hast, weggeschmissen wird das ist gut, ja ich hab ja kurz davor der Müllsammler der Müllsammler so, jetzt mach ich mir erst mal Bett boah, die Scheißlein, die direkt auch wenn man davon stirbt, drängen die nicht noch mehr auf diese Fächer können einfach nichts das sind so wie Loops im Mike Korb, die keine Ahnung, mit dem OP-Schwert die ganze Zeit auf sich schlafen also, kann nicht, ist ganz oder schlecht eigentlich aber das ist so Abstauber quasi im Krieg S.G einer hätte dich tausend mal, und da kommt uns Slime, also zum Beispiel ein Skelett schieß ich tausend mal, und da kommt uns zu bleiben deswegen wäre Slime auch immer so als so Dopp verwandelt ähm, ich komme nicht wieder schließt einmal mein Fenster mir wird so nicht kalt nein ich bin auch grad fast von dem Schleim getötet worden oh, oh Alter ich bin crazy tut mir leid, falls ihr das jetzt gehört habt ja, das haben wir gehört lautstark da konnte ich jetzt ach sie diese kleinen nix 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 ja, die ganze Zeit nix 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 warte mal, ihr könnt ihr in meine Enderport reingucken n ja, das müsste gehen mal in die GmbH, geht mal in die GmbH, geht mal in die GmbH, in das Raum also in die Base und dann ist neben diesen ein Karte, der Welt der Schleimt der 2.3 er wird da ein raus und die ganze Lebensmittel aus dem Schleimt schon mal also macht die ersten NDR, wie heißt der Messerländer in der Tau die Siegte, der da ich öffnen nix 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 das ist alles dran er die GmbH, der unterricht auf nix 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 Städtchen Flachsitz so sprichend hat sich das bereinigt haben werden geben Aachen die Flachstuhl die Welt Pernberg die Töpfen und so er hat da nichts rausgelegt das ist sie so haben ich habe keine Kartenmitte das Prozent Kohl auch ausbekommen ja nicht an der Packung das ist alles an die in die Kisten da die neben den Messermärtern zu stehen außer die Dias wie viele Fakten möchtest du denn haben? 64 oder so ich hab gar nichts meine Finger meine Füße auch wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis zur nächsten Folge da wir sehen uns ciao tschüss